Da sind wir im wahrscheinlich letzten Part zu Captain Toad Treasure Tracker, das kosmische Rätselrad in den Spezialleveln. Oh, cool. Das ist wirklich neu. Haben sie jetzt hier hinter Münzen versteckt oder nicht? Nein, haben sie nicht. Okay. Ich hoffe es einfach mal, dass sie es nicht haben. So. Ah, ne, da komme ich gar nicht raus. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Da kann ich gar nichts machen. Wie bekomme ich das denn klein? Und hier komme ich gar nicht so ran, ne? So, jetzt muss ich hier gucken. So, schnell, 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 so rüber. So, da kann ich durch und da kann ich mir irgendwas holen. Kann ich da durch? Ist es richtig? Ja, da kann ich durch. So. Nein. So, und hier hoch. Aber irgendwie bin ich noch nicht an einen dieser blöden Kristalle rangekommen. Jetzt bin ich gerade hier auf der Seite. Wartet mal, damit kann ich dann runter und dahin. Dann habe ich schon mal den ersten. Nein! Das war der dritte? So, gelb. Komme ich denn an den ran? Ne, halt, das warten wir. Komme ich denn an den da ran? Warte mal, komme ich... Da komme ich ran! Okay. So. Jawohl, ja. So, und jetzt komme ich... Ja, Moment, so komme ich aber gar nicht raus. Okay. Wo komme ich denn da hin? Hä? Komm da doch gar nicht hin, außer da über gelb. Auf, wenn ich mich da hinschießen lasse. Hä? Wie komme ich an den blauen Rand? Check's net. Nee, da bin ich ja gar nicht raus. Nee, da bin ich ja gar nicht raus. Ich, 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 ich raff's... Was zum? Gut, schön, dass die Münzen sind, aber ich raff's gerade nicht. Das ist der Bereich, und da komme ich zu dem Bereich. So. Gut, aber... Nee, das ist doch hier. Ah. Da komme ich dahin, da komme ich dahin, da komme ich dahin. Und das da kann ich nutzen. Da bin ich dann bei blau. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach, da! Ah! So. Nein! Oh, ich bin so dumm. Halt, warte, jetzt muss ich gucken. Wo muss ich jetzt lang? Da. Ah, ist das ein Level. Ein Level, das meine Nerven kostet. So. Okay, dann haben wir das. Ja, wartet mal. Ja, moin, wartet. Ja, ha, ha, Leute. Jetzt passt mal auf, jetzt passt mal auf. Zeig euch was. Nein, 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 nein Okay, dann haben wir das Jetzt fehlt mir nur der letzte Den letzten, den weiß ich auch schon, glaube ich Wie ich rankomme So Nein Warum hast du mich denn jetzt erwischt, hä? So kurz vorm Ziel Werde ich nochmal drauf gehen, hä? So Boah Alter, was ein Krampf Das Level, oder? Geisterjagd auf der Baustelle So, hier hoch So Und hier hoch So Und Waren das jetzt alle? Ist gar kein Feuer, was da aufgeht, ne? Hm Hm Nein, komm Ui Oh, oh Ich muss hier hoch Okay Oh, nee Jetzt ernsthaft? Boah Nerv nicht So Okay, nee Da geht's nach oben Das will ich jetzt natürlich nicht So Badum Na komm, weg War toll Hier war jetzt nichts weiter So So Yes Nein Oh Nee, nee, nee Da oben ist auch so ein Block Also Also ganz oben, meine ich, ne? Hier sind Münzen Na komm Okay 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 Und hier hoch Oh, nein, 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 nein Wir sind weg Und weg Und weg da Yes, komm Oh, nein Oh, nein Ja, komm Ja, die Nummer zwei Okay Okay, wir gehen jetzt hier runter Okay Okay Was haben wir denn hier? So Ja, wir müssen entweder einen Goldpilz finden Oder, oder, oder Okay, den Geist haben wir auch Ja, komm Oh, danke Es geht nochmal runter Ich dachte schon, es geht nicht mehr runter Ne, ich glaub, der ist in der Richtung Puh Sind das alle Lichter, die brennen müssen Oder sind da irgendwelche Lichter, die ich jetzt übersehen habe 234 Münzen Es müssten alle Münzen sein Es müssten alle Geister sein 244 Münzen Was Das ist irgendwo noch ein Maxi-Buhu Ihr wollt mich trollen, Leute Ihr wollt mich echt trollen, oder? Die wollen mich echt trollen Das war jetzt echt ein Witz Weg Weg Alle Maxi-Buhus Die Frage ist, wie viele Maxi-Buhus Gibt es? So Und hier lang Wo, 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 wo Weg Oh Maxi-Buhu So Ich darf ja nicht drauf gehen hier, ne Versteht es ja hoffentlich von selbst Ah, pfuh Wieso sind hier kein Maxi-Buhu So Ah, geil So Dann gucken wir jetzt hier mal nach dem nächsten Maxi-Buhu Und hier Und da Und da Und Okay Den haben wir auch So Hier ist dann der nächste Maxi-Buhu Auf der Stelle hier Irgendwo hier war er Oh, aber ja Nein Verdammte Axt Lief beim Anfang so gut Jeder Anfang lief eigentlich schon beschissen Wow Okay Okay So Dann gehen wir jetzt erst hier runter Weiß nicht, ob jetzt hier ein Maxi-Buhu war So So Komm her Okay Nee, da hat ja nichts damit zu tun Egal Wir gehen hier alles jetzt einmal durch Wir hören uns jetzt hier die Kirsche wieder Braucht zwar keine Münzen, aber egal Hier war auch nichts mit einem Buch, ne? Nein Hier war auch nichts Hier war wieder Hier kam kein Maxi-Buhu Hier kam aber ein Maxi-Buhu So So Job's dann Okay So Und jetzt kommt hier die große Buhu-Saga Okay Okay Das haben wir auch So Okay So Das waren aber nicht alle Hier muss es nämlich noch irgendwo einen geben Ich kann mir schon vorstellen, wo es den gibt Na komm Wir müssen noch einen Maxi-Buhu geben So Wo war ich denn jetzt noch nicht? Ich war doch hier überall Hm Irgendwo muss hier was sein Hmm Alle Maxi-Buhus. Ich hab doch alle besiegt, oder nicht? Kommt hier einer, wenn ich das wegmache? Nee. Da unten war auch keiner. Da geht's nur dahin. Geil, die letzte Folge und sie wird extra lang. Extra long. Na, komm her. Ja. So. Hm. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab jetzt eigentlich alles erforscht, was man erforschen kann. Die einzelnen Geister, die ich jetzt nicht habe, sind die hier. Ja. So. Ah. Gibt's doch nicht. Da komm ich nur dazwischen runter. Ähm. Vorschläge? Anregungen? Anmerkungen? Nein. Oh. Welchen hab ich denn jetzt vergessen? Hä? Hab ich echt einen übersehen gehabt? Wow. Oh nein. Nicht Bingo. Okay. Dragodons Goldrauschen machen wir noch. Und dann Bingo, glaub ich, wird eine extra Nummer. Okay. Okay. Okay Warum das jetzt mehr war Keine Ahnung, weil ich habe genauso gemacht Wie beim letzten Mal, wo ich das hatte, aber Aber wisst ihr was, wir packen Bingo jetzt hier noch rein, wir gucken einfach mal, was Bingo kann Ja, weil das scheint ja wirklich Das, obwohl nicht, danach kommen noch zwei Level Nein, ich bedanke mich ganz herzlich Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor rein Tschö, tschö